Ein Sondeltag mit Münze ist immer ein guter Tag. Oh Leute, da liegt sie. Eine Münze. 20 Zentimeter. Freunde, haben Sie nichts zu sehen. Pisse. Ja, wie gesagt, ich melde mich beim ersten Signal. Rock'n'Roll, die scheiß Corona-Zeit, die nockt einen voll aus. Freunde, Rock'n'Roll. 500 erreicht. Geil, ey. Rock'n'Roll, let me sondeltagne you, Freunde. Der Herr Django-Sparten. Meine Fresse, habe ich mich gemerkt. Fettes Dankeschön an Herr Django. Geht mal auf den Kanal auf YouTube. Metalldetektoren besonders. Aber ich wollte schon immer so einen Spaten haben. Also ich finde den richtig geil. Der kommt im richtigen Augenblick, ja. Metalldetektor besonders, Job. Let me sondeltagne. Rrr. Rock'n'Roll. Dann wollte ich noch den Axel grüßen. Thiel vom Kracht. Danke nochmal dir persönlich. Rock'n'Roll. Ohne dich wäre das mit dem Benni gar nicht möglich gewesen, ja. Danke. Ja, wie gesagt, ich melde mich beim ersten Signal. Rock'n'Roll. Let me sondeltagne you. Rrrt. Eine Münze. So. Geht der superklasse. Den Boden rein, rein. Also da kann mir keiner was erzählen. Spielzeug oder so. Also hier geht der Spaten auch rein, rein wie Butter. Also kann mir keiner erzählen. Also er ist schon richtig klasse. Ich freue mich. Also das wird zu meinem Standard. Ein Hufeisen. Das nehme ich mit. Das bringt Glück. Rein, rein. Auf jeden Fall nicht so heftig. Leute, geht mal auf den Shop hier. Metalldetektor. Besonders. Und zieht euch den Spaten rein. 20 Zentimeter. Können wir auch mal wieder den nehmen? Leute. Kein Vergleich. Ich hole es nur raus. Bis gleich. Sonst wird es zu langweilig. Aber spannend ist es ja. 20 Zentimeter. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Wir gehen jetzt. Oh distribute. Auf. Auf. Auf.